So, ich glaub, gegen Säure gibt's keinen Rettungswurf. Na, läufst du vielleicht auch mal? So, Flammenfeil. Ah, Misserfolg, Gott sei Dank. Okay, nochmal ein Säurefeil, der ist. Oh, der hat auch schön getroffen für elf. Komme ich um ihn herum, ohne dass er mich trifft? Ja, komme ich. So, einmal kann ich ihm noch ein magisches Schoss reinhauen. Und da war nochmal der Säurefeil. Oh, er ist dem Tode nah. Au, das war böse, oder? Eine elf. Kälte strahlen daher. Und eine fünf. Scheiße, Treffer. Ah, da haben wir ihn. Sehr fein. 269 Erfahrungspunkte. Ey, das muss so knapp sein. Wir brauchen nur noch 73 Erfahrungspunkte. 73 in Worten. Und wir bekommen nochmal einen nicht identifizierten Gürtel. Aber der sieht genauso aus wie den, den wir schon haben. wird also auch so ein, ähm, ja, sauberresistenz-Gürtel sein. Das hat er nochmal gefordert, also mehr als ich dachte. Ah, das ist immer das Blöde hier, das mit dem Niederwerfen. Also, äh, ich versuche, äh, früher oder später dafür, oh, fuck, äh, dafür, äh, einen Gegenstand zu bekommen, der mich, äh, der eine Immunität vor Niederwerfen hat. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Aber dass ich den in solchen, äh, Gelegenheiten eben halt anziehen kann. In solchen Gelegenheiten anziehen kann. Du sprichst heute ein feiner Deutsch. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Ach so, deshalb, deshalb sind wir da nicht durchgekommen. Türhebel. Äh, haben wir noch eine Pixie? Haben wir. Äh, mach, 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 Pixie, mach. Äh, ich will nämlich noch einen Cut machen. Hallo, kommst du vielleicht mal, du dummes Ding? Okay, anscheinend nicht. Ah, da ist ja gar nichts. Eine Rüstung nicht identifiziert, aber es sieht aus wie, wie eine von den, ähm, äh, von den Säure-Resistenz-Rüstungen. Gut, dann raste ich hier, äh, und, äh, also ich mache einen Cut, dann raste ich und wir sehen uns gleich wieder. So, gerastet sind wir. Oder ausgeruht, so, so herum gesagt. Jetzt ist mein Headset ein bisschen verrutscht. Und wir... Ja, was mache ich denn? Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, weil... Eigentlich, ich mache gleich noch einen Cut hinterher, wo ich jetzt so rausrenne. Das müsst ihr ja einfach nicht sehen, denke ich mal, ne? Also bis gleich. Okay, wir haben das Gefängnis verlassen. Wir haben wirklich, äh, noch diesen Emenik oder so getroffen. Äh, der hat uns auch bloß gedankt und hat nichts weiter erzählt. Äh, ist ein bisschen dumm. Naja. Äh, ich will... Ne, ich gehe hier lang. Ich will zu diesem einen, äh, Tempelritter... Ich, ich denke, der heißt anders. Oh, ja. Da hatten wir gerade so einen schönen Einbruch gehabt. Also ich war, ich war hier runter bis auf zwei Frames die Sekunde. Das war wirklich die ja schon. Ich will verkaufen, deshalb. Priesters Helms, ich glaube, das hat der gemacht. Äh, vorher mache ich noch einmal, äh, identifizieren. Das war das. Ich grüße euch. Könnt ihr mir ein paar... Nein, ich möchte verkaufen. Ja, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, ob das hier das günstigste ist zum Verkaufen, aber... Ah. Was bekommen wir denn? Ah, 185 für den. Das war doch schön. Doppelklingenschwert für fast 600. Die Rom gehen raus für... Oh, 300, 200. Sehr fein. Die brauchen wir auch nicht. 23 dafür erhalten. Die brauchen wir auch nicht. Ja, wir treffen ja eh, äh, viel zu wenig. 500, nee, 600. Aber wir haben ja schon ein Dolch plus 1, ne? Ja. Dann können wir den ja verkaufen für... 500, sehr schön. Was? 200. Ah, komm. Hallo. Aha. 40 und 40, also fast. Ja, die können weg. Also immer, immer erst, wenn es 99 sind, können wir die verkaufen. Kupferhals, Silberring. Genesung brauchen wir nicht. Katzenhaft anbrauchen wir auch nicht. Trangschnelligkeit behalten wir, behalten wir auch. Feenstaub kann weg. Glaube ich nicht, dass wir es brauchen. Fallen können wir, bei denen ich verkaufe. Feuer braucht. Wieso habe ich den eigentlich mitgenommen? Ich weiß es nicht. Kukri, weg mit dir. Beil. Braucht keine Sau. So, das sind, äh, kritische Wundenheilen, die bleiben. Ah, weg mit dir. Adelhafte Fracht. Ich werde es bereuen, dass ich jetzt wieder die ganze Sauerspräche verkaufe, aber, nee. Da, darüber beschwer ich mich dann das nächste Mal, wenn, wenn ich sie brauche. Okay. Bier kann weg. Segnen ist das bestimmt. Ja, das ist leichter Wundenheilen. Behalten wir. Mindelsängerhandschuhe haben wir keine Verwendung für. Sind ja kein Bade. So, der Rest kann alles weg. Auch Sauerkundehandschuhe, die haben wir doppelt. So, 33 für, für fünf Stück. Für sechs Stück gerade mal 33. Ja, das ist ja bei Aventurin für 5,33. Aber wir haben jetzt schon fast 10.000. Das ist schön. Kritische Wundenheilen, Kupferring, Felsspat, Dolch und Rinderhaut. Den Rest können wir noch gebrauchen. Ich werde demnächst mal wieder das Inventar sortieren, aber nicht jetzt. Das mache ich danach irgendwann mal. Gut, das war's hier. Hat uns gut getan. Dann wollten wir noch... Ach, da waren noch Truhen. Die mache ich nochmal offscreen dann. Sobald ich aus den Abwässerkanälen rauskomme. Da gehen wir jetzt hin. Von den... Von den... Von den Häusern haben wir hier schon alles gemacht, denke ich. Wenn ich eins vergessen habe, dann wird es wahrscheinlich kein wichtiges gewesen sein. Oder ich werde es früher oder später merken. Ach nee, bevor wir da runtergehen natürlich. Schutzzauber. Ich hoffe, dass wir da unten wenigstens noch ein paar Gegner antreffen, sodass wir das nächste Level ab noch machen können. Das wäre jetzt sehr schön. Ja, vielleicht mache ich eine Stunde. Ja, hier sind Gegner. Sehe ich doch sofort. Und schon wieder ein Bandenführer. Da muss ich doch ein Quicksafe machen. Das gibt's doch gar nicht. Immer diese... Wunderschönen Bandenführer. Na, die kommen wir jetzt alle aus der selben Richtung. Und neue Stufe erreicht. Sehr fein. Das hier unten ist dein Territorium. Okay, wenn du's sagst, werde ich dich... Werde ich dich... Werde ich dir... Oh. Nee. Gleich weiter. Ich hab den so scheiße gesetzt, den... Die brennenden Hände... Ja, das ist gut. Okay. Euer Schicksal ist besiegelt. Ja, ist es. Ach, nur für eine 8 getroffen. Ach, Reflexwurf. 18 plus 6. Also, die bekommen anscheinend plus 6 noch drauf. Durch irgendein... Durch irgendwelche Boni. Das heißt, sie müssen mindestens eine 11 würfeln. Und eine 11 ist ja gerade so über die Hälfte. Also, ich glaub, das lohnt nicht, dass ich da weiter... Die... Die Feuerpfeile bei ihm anwende. Wie gesagt, ich treff einfach bei der Hälfte, circa bei der Hälfte überhaupt nicht. Ja, wunderbar. Ich weiß... Ich hab keine Ahnung, warum es jetzt gerade so leckt. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder Anti-Adivira im Hintergrund. Was ich aktualisieren möchte. Es könnte so die Zeit sein, wo es normalerweise passiert. Weiß ich nicht. Bin ich normalerweise nicht zu Hause, um zu zeigen. Okay, niemand entkommt hier. Noch ein Säure... Äh, Quatsch. Ein Kältestrahl hinterher. Ich wusste es doch. Ah, so langsam bekommt man ein Gefühl. Das war alles? Das sind die ganzen Abwässerkanäle hier, oder was? Die Zeit der Sorgen. Oh ja, das ist ein langes Buch. Viel Spaß beim Lesen, die dies wollen. Was droppt er uns? Hallo? Nichts? Ja, wir sind aufnehmen, oder? Ah, Gefängnisschlüssel. Hab ich mir fast gedacht. Und ein Jadering. Was macht ein Jadering? Licht grün. Ah, Blödsinn. Gut, aber wir können ein Level abmachen. Das machen wir doch gleich mal. Freue ich mich schon unheimlich drauf. Mehr Zauber, mehr Zauber. Schön. Ah, wie immer. Äh, Konzentration. Ganz wichtig. Zauberkunde und Überreden. Was haben wir noch? Ach, wir bekommen einen weiteren der Stufe 1. Was nehmen wir denn da? Ich hab die Wahl zwischen Schutz vor Gesinnung. Oder, was könnte ich noch nehmen? Elementen trotzend. Oder, was mir gefällt, ich glaube, ich nehme rascher Rückzug. So können wir uns für kurze Zeit sehr schnell wegbewegen. Und ich glaube, das könnten wir zum Beispiel bei der Spinne gebrauchen. Einfach mal Feuer, schnell wegrennen, Feuer, schnell wegrennen. Ich glaube, das könnte klappen. Gut, haben wir hier auch... Ach so, hier haben wir auch noch einen. Was nehmen wir denn hier? Hm. 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 Also hier wären... Also, blub. Nochmal von vorne. Äh, in... Bei den Zaubernden zweiten Grades, da haben wir sehr viele, die wir später gebrauchen werden. Das sind die ganzen Buffs hier. Adlerhafte Pracht. Was, äh, 1W, 4 plus 1, also, ähm, 2 bis 5, äh, auf Charisma gibt. Und genau dasselbe haben wir für Stärke und so weiter. Äh, damit werden wir uns später, äh, nur noch ausrüsten. Äh, ganz einfach, weil Melf-Säure-Pfeil, äh, später so schwach sein wird, dass wir den gar nicht mehr benutzen. Aber ich glaube, ich werde hier, äh, schwache Magie-Bannen nehmen. Ja. Den nehmen wir. Falls wir mal gegen einen Magier kämpfen müssen. Ist das gar nicht mal so verkehrt. Okay, und wir bekommen hier auch noch einen. Ah, was machen wir? Oder... Oh, Moment, Moment, Moment. Ich mach es anders. Ich geh mal hier zurück. Rascher Rückzug nehmen wir doch nicht. Dafür nehmen wir dann hier, äh... Was nehmen wir denn hier? Schutz vor Gesinnung. Das ist gut. Und hier nehmen wir... Ich bleib bei Flammenpfeil erstmal und ich nehm hier... Hast. Das ist wichtig. Aber war hier nicht auch noch... Nein, das kam erst im nächsten. Ich, äh... Ich wollte jetzt mal gucken, wo, äh... Äh, wo die Steinhaut kommt. Aber ich glaube, die waren dann im nächsten. Na, wir bekommen vier... Naja, das ist ein mittelmäßiger Wurf. Passt schon. Gut. Ich hab das dumpfe Gefühl, egal wo wir hingehen, wir kommen wieder raus. Ja, ich mach hier nochmal einen kleinen manuellen Cut und dann gehen wir nochmal zu dem, äh, zu dem, äh, zu dem Milizhauptquartier. Und berichten, dass wir hier alles geklärt haben und dann... Oder wir machen's anders. Ich mach einen Cut, dann rufe ich meine Pixie, äh, ich klappe hier nochmal alles ab und wir treffen uns vor dem Milizhauptquartier wieder. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Gut. Na, dann bis gleich. Ja, da sind wir wieder, äh, ich hab, äh, die ganzen Truhen hier geplündert. Nicht so wirklich Gutes dabei gefunden, denke ich. Hab jetzt noch nicht so wirklich nachgeguckt. Ich hab das Inventar ein bisschen aufgeräumt. Und wir gehen mal zu der Milizanführerin hier. So. Äh, wir müssen aber auch noch, äh, in, in das Ausgrabungsgebiet. Oh, hallo. Wie gut, dass noch jemand am Leben ist. Ich weiß nicht so genau, was im Gefängnis geschehen ist. Aber es hat alle hier draußen arg mitgenommen. Okay, äh, wir sagen ihr einfach, dass wir den Intellektfresser getötet haben. Sehr schön. 300 Goldmünzen will sie uns geben. Ich will sie überreden. Wir brauchen mehr. Misserfolgt. Verdammt. Okay. Gut. Das war's im Wesentlichen mit dem, äh, Halbinselviertel. Aber wir haben ja noch die Ausgrabungsstätte. Wenn ich mich recht erinnere, muss die irgendwie hier gewesen sein. Achso, die Truhe. Die hab ich aber schon, oder? Ja, die hab ich schon. Oder war hier hinten noch eine? Ne. Dann kann ich das Ding ja auch löschen. Nicht, dass ich davon... ...irgendwie nochmal... ...verwirrt werde oder so. Okay. Jones hat uns gesagt, das ist im Keller. Dann wollen wir doch auch mal im Keller nachgucken. Nein, wir werden uns erstmal ausruhen. Das wollte ich ja eigentlich so oder so machen. Und währenddessen gucken wir mal. Hm, davon brauchen wir nichts. Ich kann eventuell die Resistenz hier noch mit reinhauen. Die könnte man ab und zu mal gebrauchen. Äh, ha, 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 ha. Schutz vor Gesinnung auch hier mit rein. Ja. Schwache Magie Bannen kommt hier hin. Das ist ein Konterzauber. Und Hast mach ich mit hier hin. Das ist ein Konterzauber.